Ich bin Marien Leuchtmann, ich bin der Anmelder dieser Autokurse für Neutralitätspflicht für unseren Landratsvorsitzenden, die er ja seit diesem Jahr in Döbeln verloren hat, wo er sich mit der Antifa Schulterschluss begangen hat. Und die er auch in Freiberg, wo er die Klimakleber die letzte Generation als seine Freunde bezeichnet hat. Der gute Mann ist von uns Mittelsachsen der größte Feind. Das zeigt er jetzt immer wieder in seinen Taten. In seiner Antritt, das war die erste Märchenstunde, aus völlig parteiloser Landratskandidat. Er wurde aber unterstützt von SPD, Grüne und Linke. Und jetzt halten Sie schon der Weg ab, dass der linksextremistisch ist. Von den drei Parteien habe ich ja alle drei Parteien zur Antifa bekannt in diesem Jahr, spätestens. Dazu kommt auch seine politische Arbeit, wie es mit dem Asyl, wie mit dem Strom, also mit dem Energie und Straßenbau. Beim Asyl haben wir gemerkt, waren seine Worte, in Freiberg war vor uns, wenn zu viel Immigration nach Mittelsachsen kommt, wird er sich vor seinen Bürgern stellen. Das haben wir im Kribetal gesehen letzten Jahres. Dort wurden die Rentner aus dem Heim gehauen, aus der Tagespflege. Da sind jetzt zwölf Omas drin. Das hat er gezeigt in Rochlitz. Da wurden die Verträge mit den Lehrlingen gekündigt. Das war ein Lehrlingswohnheim. Die müssen jetzt weiter anreisen. Und das haben wir auch gesehen in Frankenberg. Dort wurden ganz einfach mal Mietshäuser gekauft von dem Kreis Mittelsachsen. Und in den Mietshäusern und in den Lehrwohnungen sollten ja dann seine Fachkräfte und Goldstücke einziehen. Die Mieter dieser Häuser sind mittlerweile ausgezogen, weil die das ja auch nicht wollen. Das hat die Häuser für sich. Und bei der Energie Windräder hat er ja gesprochen zu uns. Wenn es ihm möglich ist, wird er nicht gegen den Bürgerwillen vor Ort die Windkraft durchsetzen. Er wird prüfen, aber andersweitig die Windräder freigeben kann und dann dort die Genehmigung entziehen. Aber zur Zeit setzt da überall dort die Windräder durch, wo sie genehmigt worden sind. Gegen den Willen der Bürger. Wir sehen es in Oberschöner. Wir sehen es überall anders. Das ist überall anders. Auch dagegen Tag für Tag die Banner gegen die Windkraft. Und morgen ist übrigens so ein Tag, der 26.02. ist in der Julius-Weißbach-Schule bei der Dresdner Straße in Freiberg eine Sonderbekanntgabe dieser Windräder, wo die überall entstehen sollen. Zwischen 19 Uhr und 21 Uhr. Da hat der gute Mann ja ein bisschen Angst vor den Bürgern. Deswegen ist er doch ein Wachschutz. Der hat einen Einlass kontrolliert, wer rein oder raus kommt. Dann das Nächste ist, wenn wir das verhindern wollen, dass dieser Mensch so weitermacht, wie er bisher weitermacht, dann müssen wir zu den Wahlen gehen und auch in die Rathäuser unterschreiben für die Freien Sachsen, dass wir antreten dürfen für den Kreistag. Weil das sind unsere Ziele, die kommunale Ebene. Dass wir solche Menschen auch aufdecken können, was die Tag für Tag gegen die Mittelsachsen treiben. Der Neubau ist das beste Beispiel, aber das ist nämlich das einzige Beispiel. Aber das kann man ja nur aufdecken, wenn man wirklich in diesen Parlamenten ist und die Transparenz nach außen bringt. Darum bitte ich auch die, die jetzt hier sind, mit zur Unterschreibung auf dem Rathaus für die Freien Sachsen für den Kreistagantritt. Und wenn es möglich ist für Stadtratsantritte. Naja, hat doch am Anfang etwas holprig funktioniert, aber der Wille ist da, die Wille für Veränderungen ist da. Ja, wir sind hier hergekommen, wir haben uns den Sonntag hier, ich sage mal mehr oder weniger, geopfert, um den Herrn Neubauer natürlich auch Sonntagsgrüße zu bescheren. Auch wenn wir vielleicht hier noch nicht hunderte Autos sind, das kann ja noch werden. An den Straßenrändern hat man uns jedenfalls schon zugewunken und uns Daumen gezeigt. So beliebt scheint der Herr Neubauer ja hier nicht zu sein. Ja, berechtigterweise. Ja, eins ist gewiss, wir kommen auf jeden Fall wieder. Sonntag oder ein anderer Wochentag, das wird das Organisationsteam dann entscheiden. Wichtig ist, dass man seine Taten, seine Taten aufdeckt. Er hat sich zur Wahl aufstellen lassen als parteifreier Bürgermeister. Was ist daraus geworden? Er hat sich zum rot-grünen Filz herabsecken lassen, genau da, wo er auch hergekommen ist. Er hat den ganzen Leuten geblendet und das müssen die Leute spüren und sehen. Wie gesagt, wir von den Freien Sachsen, wir wollen in die Parlamente, wir wollen in den Kreistag nach Freiberg kommen und ja, mit den Fingern auf ihn zu zeigen und zu sagen, Herr Neubauer, so geht das nicht weiter. Sie haben die Leute belogen und betrogen und das ist ein entscheidender Punkt. Wir werden vielleicht nicht alle seine Taten ändern können, aber wir können auf jeden Fall den Finger in die Wunde legen und zeigen, so machst du das nicht mit der Bevölkerung. Und das einzufreche ich euch, das machen wir. Die Leute, die abgeordnet werden, die dort reingeschickt werden, die gewählt werden, die werden allesamt Herrn Neubauer definitiv einen Spiegel fürs Gesicht halten und sagen, so geht es nicht weiter. Ja, das war's, meine kurze Ansprache. Schön, dass trotzdem zum Sonntag ein paar Leute gekommen sind und auch die Leute, die zu Fußgaden gekommen sind. Sehr, sehr schön. Er hat Polizei im Dorf, das spricht sich rum. Eigentlich soll er jeden Tag mit seinem, in Angst, in Anführungsstrichen leben sollen. Angst für die liebe Presse, nicht für irgendwelche Anschläge, wie sie vielleicht vermuten, sondern einfach nur Angst, dass die Bevölkerung endlich mal aufwacht und sagt, Herr Neubauer, Sie sind einfach ein Lügner, Sie sind ein Spalter und Sie machen die Gesellschaft kaputt. Und nicht wir, die Bürger aus der Mitte, die sich ständig verunknüpfen mit irgendwelchen, naja, Verschwörungstheoretiker, Reichsdeutschen. Wir kennen die ganze Geschichte, ja. Genau. So, Manuel. Hat jemand noch was? Offenes Mikrofon. Willst du noch was sagen? Er verletzt diese Neutralitätspflicht, indem er bei Demos gegen Rechts aufkreuzt, das per se ist ja an sich kein schlechtes Standing, das kann man machen, muss man nicht. Wo es aber kompliziert wird, ist, wenn er sich mit Extremisten auf einem Platz stellt, ablichten lässt und das hat er getan mit eben ganz konkret der Antifa. Und ich möchte da auf sein Buch tatsächlich, was er geschrieben hat, auch eingehen. Er hat geschrieben, das Undenkbare zu denken und das Unsagbare zu sagen. Und ja, das macht er. Es war bis vor kurzem wirklich undenkbar, dass politische Ämter, klar, Korruption ist nicht erst seit gestern im Spiel bei allen Ämtern, nicht bei ihm unbedingt explizit, aber dass man solche Verpflichtungen bricht und das nenne ich jetzt mal leicht fahrlässig getan. Ja, und in dem Fall ist es etwas Undenkbares geworden und dann sage ich eben auch das Unsagbare. Ja, dann muss man diese Politiker öffentlich auch darüber berichten, das Ganze offenlegen und das tun wir. Zum Beispiel in vier Wochen wird es eine Folgeveranstaltung geben und dort werden wir nochmal explizit auf einzelne Punkte eingehen, die es sich mehr zu Schaden kommen lassen hat, als jetzt nur in Anführungsstrichen die Verletzung der Neutralitätspflicht. Aber das ist der springende Punkt für die Veranstaltung heute, damit ihr nochmal hier wisst, die Anwohner, weshalb sind wir denn hier? Der Landrat für Mittelsachsen und das ist der größte Landkreis in Sachsen ist zur Neutralität verpflichtet und er hat es gebrochen und bricht es auch weiterhin aktiv, indem er hetzt und sich mit Extremisten ablichten lässt. Das ist in keinster Weise in Ordnung und ja, das ist der Punkt, warum wir heute hier sind. Ihr könnt gerne hierher kommen, wir reden, kommen ins Gespräch. Wie gesagt, in vier Wochen gibt es eine Folgeveranstaltung. Ich nehme an, die Hohen Fichtner, die sind sehr schlau. Vielleicht möchte sich der eine oder andere auch mit einbringen. Und ja, danke fürs Zuhören. Danke. 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 Vielen Dank.